Hallo zusammen, heute möchte ich euch einfach über das Produkt von Forever, das Aloe Vera Gel, einfach berichten. Ja, hier rechts haben sie ein Bild von diesem Gel und drinnen haben wir einfach 98% reines Aloe Vera Gel und es ist einfach mit einem kleinen Anteil von früchtigen, frischen Haut von Limonen gemischt und das ist ein Liter drin. Also, und es ist auch einzigartig kombinierbar mit weltvollen, vitalen und Nährstoffen. Und sie können auch diese Aloe Vera Gel mit anderen Produkten von Aloe Vera, zum Beispiel Fills of Greens kombinieren oder sie können auch mit Artics kombinieren oder mit Forever Active Robotic kombinieren. Das ist einfach sehr lecker und sehr schön. Also, ich appelliere euch einfach zu versuchen und eure Erfahrung einfach zu sammeln. Aber mein Tipp ist wirklich, dass ihr erstmal alleine zu probieren und es schmeckt einfach ziemlich lecker und es ist auch sehr gesund. Also, und wir haben wie gesagt 98% reines Aloe Vera Gel drin. Und das Produkt ist einfach sehr gut und erhält auch keine Fruchtsätze und vermeidet auch Intoleranzen und auch ist auch für alle Leute, ganz besonders für die ganze Familie, nicht nur für die Erwachsenen oder für die Eltern, sondern auch für die Kinder sehr gut. Und auch der Trink ist auch zu empfehlen und ganz besonders auch im Winter. Und das ist sehr gut für unseren Körper. Ich probiere das und immer und immer wieder. Ich appelliere euch auch das zu tun. Ich freue mich auch auf ihre Anregungen und auch ihre auf ihre